Hohoho liebe Freunde und von mir ein herzliches Willkommen zu Let's Play Armor Games heute mit einer Weihnachts-Special, mit einem Weihnachts-Special. Ich wünsche natürlich allen frohe Weihnachten und fahre schön mit der Familie und wir spielen heute Infectionator, die Christmas Edition. Freude! Yeah! Und wir starten die Infektion. So, jetzt sehen wir mal so ein paar Leute. Das Spiel gibt es schon, also es gibt schon mehrere Spiele davon. Ich finde es persönlich richtig geil. Richtig geil. Es hat eine Bewertung von genau 9. Und man ist halt der Virus. Man muss irgendwelche Leute entstecken damit. Jetzt können wir kurz ein Tutorial durchspielen. Ich muss irgendwo hin klicken und ich infiziere Menschen, die werden sie zum Beispiel töten. So, dann kann ich hier nebenbei noch das Geld einsammeln. Wenn alle Menschen gestorben sind, habe ich quasi das Level gekleert. Und irgendwann sterben halt neue Zombies. So, dann können wir alles. Das Geld ist hoch. Ja, alles mal schön. So, fangen wir mal an. Ich muss jetzt dort können. Ich werde schon mal dahin. So, dann machen wir mal die Lebensspanne. Und ich kann halt die Lebensspanne noch ein bisschen verlängern. Das ist jetzt, glaube ich, noch ein älteres Spiel. Aber ich dachte mir so, Christmas ist ein Tag. Also machen wir Christmastag. So, dann machen wir mal die Lebensspanne noch ein bisschen verlängern. So, dann machen wir mal die Lebensspanne noch ein bisschen verlängern. Leben heißt mal... Schaden. Auf geht's. Ja, warte. Gut. So, sechs Leute killen. Es gab noch ein anderes. Da muss... Da ist so eine ganze Weltkarte, wo es quasi steht, aber es... So. Oh, ist das ja voll behindert. Mal. So, haben wir sechs Leute töten. Das ist ja nicht viel, eigentlich. So. Danke. Genau. So. 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 So, ich wollte sagen... So, das... Mal. So, dann ist es einfach so. Ich bin ja... Da habe ich auch schon, glaube ich, 6 Leute gekillt, jetzt bin ich nicht 10 lang gekillt. Die müssen sich auch geschafft haben, so 17.000 zwischen uns und 4. Wir müssen jetzt mal die Lebensspanner nehmen und den Menschen sitzen, wo wir damit auch mal jetzt machen. Und wir haben 10.000 gekriegt. Und wir haben anscheinend das ganze Level gecleatet. Herzlich willkommen! Ja, richtig geil. So, jetzt machen wir hier... ...und wir haben jetzt mal mehr Infektionen. Die Chance ist hier... ...und wir kommen. ...und wir haben jetzt noch mehr Geld sammeln. Ah, Mann! So, Töten. Jetzt kommt das jetzt mal wieder. Ich muss am besten, wenn wir die Schiffe mitsammeln, dann kriege ich immer am meisten Geld. Das ist mal ganz gut. So... ...und wir haben jetzt schon hier Gegner, die mich anschießen. Und wir sehen, ich habe nur 16 Tage. Wir gucken, wie weit ich es schaffen werde. Das Video... ...also ich werde das Spiel in zwei Parts teilen, weil ich über Nacht will ich jetzt nicht so viel machen. Da kommt das Special von Infectionated Christmas Edition. Hier kommt quasi raus und äh... ...den zweiten Weihnachtstag gibt es auch das Infectionated Christmas Edition. Da spiele ich dann halt weiter. Ich spiele es quasi so durch, habe ich mir vor. ...und wir sehen uns morgen mit dem zweiten Teil von Infectionated Christmas Edition. Reingehauen, sagt euer Flo von The Crew. Und frohe Weihnachten.